Was soll das? Was? 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 Ich mach, ich mach, ich mach. Wer du bist, hab ich gefragt. Ich bin Schwester Clever. Wer bist du? Ich bin Gentrifizierungs-Manfred und du hast mir mit der Flasche den Weg gezeigt. Der Dreck muss von den Straßen weg. Damit mein ich nicht die Flasche, sondern dich. Der Kiez wird ne Wohngegend, der Strich wird ein Golfplatz. Ich tausche Dutte gegen Öko-Butter, Zuhälter gegen Besserverdiener. Ich sanier die ganze Straße. Hahaha! Hahaha! Was willst du machen? Was? Was wird saniert? Was? Dein Arschloch wird saniert! Gib ihm! Gib ihm! Du und dein Arschloch! Gib ihm! Was? Was, du kleine Fotze! Wen willst du ficken, du kleine Fotze? Gib ihm! Gib ihm! Los! Gib! Nein, lass, lass! Er hat! Er hat! Ich weiß, er hat! Er hat! Ich weiß, er hat! Ich weiß, er hat! Er hat! Er hat! Ich weiß, er hat! – değiş! U? Ich weiß! Er hat! Er hat! Er hat! Er hat! Er hat!